moin moin liebe koa klasse hier noch ein paar tipps zu den aufgaben von heute viele sind mit aufgabe 2 möglicherweise schon fertig aber so eine fläche wie hier ist relativ einfach zu bestimmen ich hoffe niemand zählt hier alle fliesen alle kästen hier drin sind kann man einfach rechnen ja es sind vier kästchen in einer reihe und wir haben insgesamt zehn reihen also sind das hier insgesamt 40 ist das eine fläche von 40 platten denn man soll es hier in der 1 halb plattengröße angeben 40 kästchen oder 40 platten hier ist das vielleicht schwieriger da hilft es sich möglicherweise sich vorzustellen das wäre kein dreieck sondern so ein quadrat und dann wäre das ja quasi ein halbes quadrat oder man zählt hier einfach halbe kästchen zusammen das geht aber glaube ich nicht ganz auf da müssen wir überlegen wie ihr da hier rangeht die ist vielleicht gar nicht so leicht die auch nicht weil es da auch so halbe platten gibt man kann sich aber vorstellen dass man dieses hier vielleicht abschneidet und dann hier anlegen das müsste eigentlich genau passen dieses dreieck abschneiden das hier und dann hier anlegen dann wäre das ja wieder so ein rechteck wie hier vielleicht ist das eine hilfe und hier haben wir so ganz normales quadrat die aufgabe ist so ein bisschen ungeschickt denn welche flächen haben den gleichen flächeninhalt so viel soll ich verraten keine der vier flächen hat ein gleich in ihrem flächeninhalt der eine andere fläche also alle flächeninhalte sind verschieden noch ein kleiner hinweis zur aufgabe 4 die auch noch wenige nur gemacht haben was ist mit kästchengröße gemeint kg das ist nicht etwa kilogramm das würde man klein schreiben ja sondern kg ist kästchengröße und hier das sind einfach vier kästchengrößen ja das sind wieder vier platten wenn man so will hier kann man auch die platten sehen da muss man vielleicht so ein bisschen geschickt zusammenrechnen hier unten sind drei und hier oben ist wieder so ein rechteck das kriegt man hin also die flächen kriegte glaube ich alle bestimmt und der umfang ist eben in kästchenlänge hier gefragt und kästchenlänge ist sowas hier das ist eine kästchenlänge also der umfang von dieser ersten form sind hier oben sind zwei kästchenlängen noch mal zwei runter hier sind zwei und da sind zwei also insgesamt acht kästchenlängen umfang oder hier bei b haben wir hier oben fünf kästchenlänge 1 2 3 4 5 dann hier zwei und eine eine drei alles zusammenzählen den umfang also mit kästchenlänge ist diese länge eines kästchen gemeint flächen die denselben umfang aber verschiedene flächeninhalte haben da dürft ihr euch dann ja auf die ergebnisse von a und b berufen oder auch bei d das ist ja nur umgekehrt da habt ihr dann ja alle ergebnisse schon vorliegen und könnt die aufgabe dann auch beantworten und dann natürlich auch noch die aufgabe von letzten mal die auch kaum jemand geschafft hat nämlich fünf verschiedene rechtecke zeichnen die alle die fläche 36 ja kästchen haben soll aber guckt euch mal die umfänge an die werden wahrscheinlich nicht alle gleich sein obwohl die fläche jedes mal 36 kästchen ist unterscheiden sich die umfänge doch wenn ihr eben auch verschiedene rechtecke zeichnet steht alles bei den aufgaben ich wünsche euch viel erfolg tschüss